Batterien habe ich 11, wo brauche ich 6, ja ich meinte so alt, mache ich jetzt mal 6, iridium sprengt ja, deal hören wir erstmal ein, bis wir unsere ganzen Felder damit aufpassen und dann die Eier und die Bohnen. Sehr schön und ich glaube am nächsten Tag muss ich auch zur Robin gehen wenn die dann auf so gut die erst brauche ich jetzt ich holz habe ich hier noch Kupfer irgendwo hier nicht wie sieht es drin aus hier habe ich was das kommt rein ok ok und und Hm. Orangen habe ich hier. Ach ja, unten habe ich auch noch eine Orange. Und was ist das? Diese hier. Okay. Und ich denke, ich müsste hier halt jeden, also die zwei Bäume dazwischen immer fällen. Dass immer zwei Abstand sein müssen. Obwohl, hier ist nur ein Abstand immer. Ich lasse es nochmal. Dass irgendwann doch alle gewachsen sind vielleicht. Naja. Gehen wir mal nach oben und schauen, was da ein Holz auf uns wartet. Gehen wir mal nach oben. Gehen wir mal nach oben. Ja. So. So... Vielleicht fällt dann ja die nach links, hier in die linke Richtung. Ja. Könnte aber auch nur Zufall gewesen sein, ich weiß es nicht. Nee. Ähm. Guck. 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 Es wird spät, ich weiß. Dann mach ich mich mal auf den Weg nach Hause. Einfach über die Mine. So. Einfach über den Weg nach Hause. Einfach über den Weg nach Hause. Noch schnell ein bisschen Zeuglos werden Ach, wir gehen schlafen jetzt Bevor ich die Zeit wieder aus den Augen verliere So Okay Das kommt rein Ich glaube, Physik und Orangen braucht sich auch nicht, oder? Ne Aquarium sowieso nicht Was ist Brett? Ne Entenfeder Ja Und Rotroll Entenfeder und Rotroll, dann kann ich beides Aufheben Hasenfoto habe ich nicht Da gucke ich mal ganz kurz, wann man Rotroll anpflanzen kann So Stardew Belly Rotkohl Was denn gibt Ne Im Sommer Ja Ähm Ähm Äh Rotkohl kann zufällig daran gefordert werden Ähm Die Saat ist ab Jahr 2 verfügbar Es gibt äh Eine kleine Chance, dass Äh Der Reisewagen Eigentlich Rotroll im Angebot hat Okay Schauen wir mal ein ganz großes Papier vorbei Vielleicht hat er den Wir sind ja im Jahr 3 Ähm Du gehst in die Minen Hey Ey Wenn du etwas Leckeres findest Denk Warte So Denk daran Mir etwas davon mitzubringen Wer hat gesagt, dass ich in die Minen gehe Das hier rein So Eventuell hat Pierre ja Rotkohl im Angebot und ich hab's nur übersehen Wenn ja, dann kaufe ich einfach ein und pflanze den irgendwo Cool Exclusion Naauch Okay Hmm Muss ich am nächsten Tag mal schauen. Nein, hier würde ich. Ne, ähm, doch, Holz brauche ich, lass ich sie auch mal mitnehmen. So, Kupfer und hier mit rein wieder. Ach ja, und Holz holte ich. So, das und das. So, das ist das. So, das ist das. So, dann schau ich mal nach, ob hier zufälligerweise der Schuppen hinpassen würde. Die Vorbescheuchung kommt jetzt hier hin. So. Die vorweg. Okay. Kommen wir auf den Kalender. Luau und tanzte am Mondlichtquallen. Hier Sachen rein. Hier geht nichts rein. Dann machen wir jetzt hier viel rein. Obwohl die Ausrüstung kommt in eine extra Truhe neben der Tür. So. Und das machen wir auch nochmal schnell für dich. Ne, der kam ja oben rein. Ah, der rennt ja. Ne, immer noch nicht. Mitnichten. Moment mal. Hm. So. Ah ne, ich brauche ja die Axt. Oder die Äxte. Ne, nur die Axte, die Äxte, bin ich dumm. Was sind die Truhen gerade noch so ins Inventar? So. 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 Die habe ich ja hier. Okay. Okay. Das und das und das. Ach, das soll sich, Idiot. So. Unter den Tieren müssen wir uns auch noch kümmern. Das darf ich nicht vergessen. Mienen. So, schauen wir mal nach. Hallo, Robin. Ich benötige einen Schuppen. Ach, der ist auch kleiner, als ich dachte. Könnte ich hier einen hinstellen? Mit einem frei. Dann hier oben auch nochmal einen. Ähm. So. So. Und so. Ja. Mach ich erstmal hier ein hin. Auf anfangen, deinem neuen Hofgruber des Schuppens zu arbeiten. Danke, Robin. Das wir unsere Produktion auf die Schuppen, ähm, aufteilen können, dann noch nicht mehr im Haus haben. Ich kann nicht einmal daran, äh, ich kann mich nicht einmal daran erinnern, weil ich das letzte Mal meine Haare geführt habe. Ich schwöre dir, diese Farbe verplasst nie. Okay. So. Das. Und das. Und habe ich hier noch was? Nee. Nee. Das ist ja so unordentlich hier, ne? Sieht auch nicht gerade besser aus. Na gut, mach ich noch einmal Gold. So. Die Tiere. Die wollte ich machen. Okay. Die. Zwei. Äh. Drei. Vier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Guck. Ja. Guck. Und jetzt��로. S cave-trak-drak-drak-drak-drak-drak-drak-drak-drak-drak-drak-drak-drak-drak-drak-drak-drak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, okay. Dann hab ich mich auch um die Tiere gekümmert. Ich hab ja auch die Sachen dabei, ich Idiot. Dann verarbeite ich erstmal das Rast zurück. Okay. 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 Dann brauche ich Steigen. Und Holz. Holz darf ich nicht vergessen. War glaube ich Holz, ne? Tor. 10 Holz. So. So. Die Goldbauern kommen hier hin. Da kann ich die Viecher Stunts mal einsperren. So. Ein Tor. Ein paar Mauern. Das Tor kommt gleich mal hier hin. So. Dann kommen die schweinlich mal raus. Ich kann sie hier hin machen und dann hier auch nochmal ein Tor. Dann kommen die hier nicht durch. Das mach ich sogar. Dann mach ich das Tor dann entfernen. So. 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 Dann kommen die Tiere hier nicht durch. Und. Ich hatte immer dann da so einen Blick. Der Kaffee rund hier und dran. noch mal leben. Na ich bin hey schon müde. Ja offenbar. Dann perst ich dann? Man ich hab's noch so eine Mal an cruisekeit. Nee, aber das wusste ich nicht. Außer man darf auchid laufen. Ok, wie lange regnet man dasagna war. Ah, wie lange mir mal die Decke sagt. So, dann kann ich noch mal schnell Kaffee kochen. Oh, ich brauche mehr Bohnen. Diese hier. So sieht alles gut aus. Sollte alles laufen? Der Hund bin doch in meinem Bett. So. Ich schreibe noch mal ganz kurz nach hier. Okay. Jo. Dann würde ich auch sagen, lasst gerne später auf YouTube und Like und Kommentar da. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Ciao. Jbumleك. Ich brauche mehr qui.